Ja, hallo, guten Abend, herzlich willkommen im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums. Zum Abschluss des zweiten Tages von Versusut. Wir haben noch elf weitere Tage, Sie können noch sehr viele Filme sehen. Wir haben morgen noch einen Gast, Luca Vullo. Es gibt noch ein paar Restkarten, Sie haben noch Chancen um 17 Uhr, einen neuen Film zu sehen. Und es gibt ganz viele Filme sehen von Marco Tullio Giordana. Noch einmal Mille Grazie für Ihren Besuch und für das tolle Gespräch gestern. Mille Grazie a Franco Montini, Made in Italy. Ja, und alle anderen Unterstützer. Wir hatten ja vorher schon eine große Danksagung von Casa di Cultura, die es gegründet haben, von den finanziellen Unterstützern, Kulturministerium, Instituto Luce, Gincita, Enid, Italienisches Generalkonsulat, Kölner Kulturinstitut, Italienisches Kulturinstitut und den italienischen Vereinen wie Italia Altrove, die morgen Luca Vullo Abend ermöglicht haben. Ja, jetzt freuen wir uns sehr, dass wir auch zum zweiten Screening, wir haben den Film ja gerade schon einmal gezeigt, Salvatore Allocca hier in Frankfurt begrüßen dürfen, der seinen Film Taranta on the Road jetzt kurz vorstellen wird. Oder ich frage zwei, drei Fragen an ihn. Buonasera a tutti. Wir wollen davor gar nicht so viel verraten, aber vielleicht kurz, wie kamst du auf die Idee, diesen Film zu machen? Gab es ein besonderes Erlebnis, Anlass? Wie kam das? Die Idee des Films kam in einem Moment, in dem ich sehr depresse war. Also ich war eigentlich sehr deprimiert, als die Idee des Films hatte. Ich dachte, ich lasse Italien, weil ich nicht sehen würde. Ich wollte Italien verlassen, denn es gab keine Zukunft für mich dort. Ich wollte ins Ausland, aber dann hat mich Italien doch nicht verlassen. Es war 2011-2012, das war die Zeit des Arabischen Frühlings. Es gab viele Leute, die nach Italien gekommen sind, um dort ihre Zukunft zu finden. Und ich fühlte mich zu diesen Flüchtlingen wirklich sehr verbunden, denn sie kamen wie ich. Sie hatten die gleichen Träume wie ich. Nur ich konnte meine Träume leichter verwirklichen, weil sie einfach auf der falschen Seite der Welt geboren sind. Und deswegen wollte ich einfach diese Geschichte, dieses Phänomen, auf die Leinwand bringen. Und da hatte ich gesehen, dass zwei junge Leute einfach entflohen waren von einem Aufnahmezentrum in Mandurien. Und in diesem Bild sah man sie einfach tanzen um diese Freiheit, die wiedergewonnen. Und da waren Leute, die diese Pizzika gesungen haben. Und ich dachte, es wäre einfach interessant, die Immigration zu erzählen durch eine Reise, durch eine Begegnungsgeschichte zwischen Flüchtlingen und Musikzisten. Und Sie werden sagen, was hat die Musik damit zu tun, dass die Immigranten und Flüchtlinge da sind? No, c'entra. Aber das hat damit zu tun. Also der Immigrant ist ja wie junge Leute, wie ich, der gibt alles auf, um zu einem Ort zu gelangen. Und er wirklich, um seine Träume zu verwirklichen. Und auf dieser Suche nach diesem Traum, auf dieser Suche nach diesem Ort, kann er einfach kein volles Leben genießen, weil er eben immer noch auf der Suche ist. Und das passiert auch mit den Musikanten in unserer Geschichte. Die Musikanten sind Künstler und Künstler haben einfach ein prekäres Leben. Das ist ja meine Lage, die Lage von der Leute meiner jungen Generation. Wir studieren, wir versuchen eine Arbeit zu finden, aber wir schaffen es einfach nicht, weil es immer schwieriger wird. Und man blockiert das eigene Leben auf der Suche nach einem Traum, was vielleicht sich nicht verwirklichen wird. Und deswegen muss man manchmal andere Wege finden, um glücklich zu sein. Wie der Flüchtling, der vielleicht nach Deutschland kommen möchte, aber in Italien stecken bleibt. Und ich wollte das als Tragikomödie erzählen, weil es eine besondere Zeit in Italien war. Das war 2011 und es war eine Zeit, die von Chaos geprägt war. Und das werdet ihr sehen, im Film werden auch einige Momente, die wirklich geschehen sind, erzählt. Und deswegen habe ich die gute alte, traditionelle Komödie, italienische Komödie gewählt, um eben diese Geschichte zu erzählen. So ist das entstanden. Ich habe noch eine Frage, wie die Darsteller gefunden wurden. War das kompliziert oder wie ging das? Für die Autoren haben wir ein Casting gemacht. Also wir haben ein Casting gemacht. Und für die Musiker, wir haben einfach Leute gewählt, die einfach in diese Musiker-Image reinpassen, aber die auch untereinander unterschiedlich waren, damit es nicht eine homogene Gruppe bildet. Und für die zwei Darsteller sind wir nach Frankreich gegangen mit der Suche, weil wir in Italien, wir haben nicht diese dritte, vierte Generation Einwanderer. Wir mussten einfach woanders suchen und wir sind in Frankreich. Die Frau im Film, der Bia Kari, die hat ja schon einige Filme in Italien gedreht. Aber wir haben eben mehr nach Frankreich geguckt. Okay. Ja, vielen Dank für die interessante Einführung. Wenn noch irgendwas auf den Weg geben wir uns dem Publikum, ansonsten würde ich sagen, schöne Projektionen. Ich möchte nicht spoilern. Es ist, also eine gute Vision an alle anderen und vielen Dank für diesen Inbieter. Vielen Dank.